Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XH D-Remaster mit mir, dem Shardogs. Alles klar, so, dann wollen wir mal. So, im letzten Part haben wir den schwarzen Yujinbo besiegt. So, und jetzt setzen wir uns ran und besiegen einfach mal die schwarze Mukduk und Rook. Und ja, ich glaube, das wird wieder mal ein phänomenaler, sagenhafter Kampf. Und dann wollen wir mal. So, ich habe mich jetzt einfach mal hier zur Josephstraße begeben. Und ja, hoffe, hier bin ich richtig. So, theoretisch müsste das so sein. Und ja, sind aber auch schon fast da, wo wir sein müssten. So, und dann wollen wir mal schauen. So, also rein theoretisch, hier müssten wir gleich rein, aber wir gehen erstmal hier hin. So, und triggern das Event, indem wir einfach dran vorbeilaufen oder darauf hinzulaufen, je nachdem. Hier ist es eigentlich relativ gut, dass wir hier vorgewarnt werden. So, und nach links. So, wir könnten natürlich auch schnurstarks auf die zulaufen. Allerdings wäre das ein bisschen heftig, gegen alle gleichzeitig zu kämpfen. So, hier, wenn wir wollen, können wir nochmal speichern. So, ich denke, ich kann hier den Hasenarm wieder umswitchen zum Lebensarm. So, dann wollen wir mal. So, sehr gut. So, Fluchtversuch. Wenn die Verfolger zu nahe kommen, beginnt ein Kampf. Wenn man schnell wegläuft, lösen sich die Verfolger in kleinere Gruppen auf. Der Bildschirm blinkt in verschiedenen Farben, weil Verfolger in der Nähe sind. Kein Blinken, zur Zeit in Sicherheit. Gelb, verfolgen in der Nähe. Rot, Gefahr, geschnappt zu werden. Auch wenn die Verfolger nicht sichtbar sind, können sie jeden Augenblick von ihnen geschnappt werden. Passen Sie also auf. Okay, dann wollen wir mal. So, los, wird hier gelaufen. So, und, äh, ja, man sollte hier möglichst versuchen, perfekt zu laufen, was ich wahrscheinlich nicht tun werde. So, ich hoffe mal, wir kriegen das aber trotzdem gut genug hin, dass wir jetzt nicht direkt geschnappt werden. Das wäre ein bisschen doof, weil da müssten wir sonst gegen alle drei hier kämpfen. Und das wäre jetzt ein bisschen zu krass. So, bei meinem letzten Final Fantasy X Let's Play war das zumindest so, dass ich gegen zwei kämpfen musste. So, und, äh, das war eigentlich schon relativ easy. Das ist schon ganz gut so gewesen. So, schwarze Muck, die muss ich ausruhen. Ein Verfolger los geworden. So, dann geht's jetzt hier weiter. Und ich hab keine Ahnung, beim letzten Mal haben die mich einfach so hier gepackt jetzt. Weiß auch nicht, was ich hier falsch gemacht hatte. Aber eigentlich laufe ich hier gerade relativ gut, muss ich sagen. Also finde ich zumindest. So, das Ding geht hier wieder runter. So, Titus ärgert sich und wir laufen einfach mal schnurstracks geradeaus weiter. Wie Titus hinten steht und guckt. Hallo, du siehst mich nicht. Komm her, fang mich doch, hm. So, was ist jetzt hier los? Ich glaube, wir haben es theoretisch geschafft, oder nicht? Haben wir es geschafft, jetzt hier, äh, allen im Prinzip, äh, ja, entgegenzuwirken? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, weiter weglaufen muss ich nicht. Ich kann mich jetzt einfach umdrehen und gegen die kämpfen, wenn ich Bock habe, oder? Hey! Oder? Schauen wir mal. Ja, es ist nur Duck, äh, im Kampf. Das heißt, hat so funktioniert. So funktioniert es tatsächlich. Sehr geil. So. Die natürlich so einfach alleine Platz zu machen, ist natürlich super easy jetzt, glaube ich. Also ich habe es, also vorher ist es mir zum Beispiel noch nie gelungen, meine lieben Freunde. Ich weiß nur, dass es so geht, theoretisch. So. Und ja, ist eigentlich schon sehr nice, ne? Also, die kann sich hier überhaupt nicht wehren. Die hat hier einmal mal unseren Titus kaputt gehauen, aber ansonsten, na, wenn man sich das hier einmal so anguckt, boah, ist schon relativ easy. Aber viel HP hat sie. Das muss man ja hier aber lassen, oder? So. Oh, guckt mal, ihre Ekstase-Leist ist voll. Aber sie kann das natürlich gar nicht nutzen, da ihre, äh, Ekstase ja Dreiecksbeziehung ist. Und Dreiecksbeziehung geht ja auch nur, wenn man hier zu dritt ist. Also, ja, theoretisch sind wir safe. Mega Graviton. Mhm, sprachig. Und, aber eigentlich wäre es total kritisch jetzt hier gewesen. So, alleine kann sie also doch etwas. Mega Graviton. Wusste ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Schon interessant. Also, hier hätte ich theoretisch sterben gehen können, wenn ich nicht, äh, genug HP gehabt hätte. Zufälligerweise. Ja. Komm, ich glaube, ich kann darauf pfeifen, glaube ich, Rico am Leben zu halten. Ich glaube, sie ist jetzt eh gleich hier platt. Die gute Frau hier. Komm schon. Finishing Move. So. Eine hätten wir auch platt gemacht. Ich wette, wenn man diesen Ort jetzt verlassen würde, ja, könnte man das gleiche auch nochmal machen. So wie beim Schwarz und dem Jimbo. Zwei Leute platt machen, Ort verlassen nochmal hin und, äh, ja. Den Vorgang wiederholen. Achso, Yuna hat, achso, ich habe mich schon gewundert. Ich so, hä, wieso hat hier kein Vieh gerade? Ich wundere mich schon ein bisschen. Na, egal. Chance und Präventilschlag. Oh, schön. Nutze ich. Das nutze ich auf jeden Fall mal aus. So. Also, ich denke mal, das hat sich hier gleich ziemlich, ziemlich schnell erledigt, meine lieben Freunde. Da sind sie, da sind die schwarzen Beste jetzt gleich alle platt. So. Weil es so schön war. Angriffstee. Ja, ich meine, warum nicht, ne? Kann man mal machen. Okay. Die lebt ja noch. Krass. Flucht es, Pharao. Ich habe Schleife, du Olle. Mich juckt das nicht, was du da für eine Scheiße machst. Vernichtend. So. Sehr geil. So, was haben wir noch bekommen von der Waffe jetzt für Rico? Infinity. Ja, okay. Kann man sich geben. Geht zwar geiler, aber ich meine, ist schon okay. So. Cool sind allerdings auch die Autosaves, die Final Fantasy X macht. Also rein theoretisch, wenn ihr jetzt hier sterben würdet gegen Muk, ja, würdet ihr genau hier an dieser Stelle wieder neu beginnen. Also unten rechts sieht man ja am Bildschirmrand immer den Chocobo. Ne, das ist ja hier Autosave. Im Prinzip schon ziemlich geil gemacht. Muss man schon sagen. Das gab es auf der PS2 damals nur gar nicht. So, die schöne Muk ist hier am Start. Alles klar, dann wollen wir mal, ne? Ich glaube, die hat von den, äh, von den ganzen, also vom Trio her, hat, glaube ich, die hier am meisten HP. Mh, wobei, stimmt das? Muss das unbedingt stimmen? Ich glaube schon, ja. Und den größten Abwehrwert wahrscheinlich aber auch. Wobei uns das ja eigentlich jetzt vollkommen egal ist. Wow. Aber sie macht mit dieser Wasserrutsche aber den meisten Schaden, oder? Ich meine, ist doch schon heftig. So, Angriffsee. Wie viel Abwehr sie wirklich tatsächlich hat, das sehen wir ja jetzt. Anhand dessen, wie viel Schaden wir mit Angriffsee machen. Und dabei, wir merken wirklich tatsächlich, sie hat die meiste Abwehr. So. Ist aber auch schon so gut wie platt jetzt hier. So. Was mache ich denn jetzt? Ich habe, ich kann hier nichts machen außer Angriff. Ich brauche, brauche ich, brauche ich noch ein bisschen MP. Na, 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 na. So, Riku, what machst du? Keine Ahnung, was du machst. Einfach draufhauen, oder? Hm. So. Wollen wir mal. Rapidschlag. So. Einfach draufhauen. Draufgeschissen. Gemetzel. So. Was ich hier gerade mache, ist eigentlich ein richtig tricky, tricky Disco. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie als Exaser hat. Wahrscheinlich auch mega Graviton. Vielleicht noch irgendwas Schlimmeres. Ne, ist nur mega Graviton. Dann überlebt das wenigstens Tidus. So. Hau ich jetzt drauf, oder was mache ich genau? Ne. Ne. Wir machen dann einfach easy hier. All Heilmittel. So. Und dann einfach draufhauen. Schon viel besser. Und da ist er tot. Dieser Walker. Soll ich was gegen dich machen? Gegen deinen Dings? Gegen deinen Tod? Ne, ne. Ne. Lass mich das mal. So. Und drauf da. Wasserrutsche. Hui. Auf wen? Ah, okay. Auf Riku. Alles klar. So. Damit alle hier jetzt... Keine Ahnung. Kann sein, dass sie jetzt mit ein Hit tot ist. Aber machen einfach mal kurz Finalelex hier. Damit wir jetzt hier schneller wieder agieren können. Und das war's auch. Und das war's auch. Und das war's auch. Das Ding sieht zwar vielleicht nicht so aus, aber das ist, ja, im Prinzip der allerstärkste Gegner im Stil, äh, im Stil, genau, im Spiel und, ja, diesen Platz zu machen, darauf freue ich mich wirklich und das machen wir aber auch erst im nächsten Part. So, was wir in diesem Part jetzt noch machen werden ist, wir schauen uns alle, ja, übrig gebliebenen Jax-Pheroiden an oder suchen die halt eben, so, um, damit wir bei, äh, Oran hier auch die letzte Dings-Extase erlernen. So, bei Kimari habe ich aber auch nicht mir so viel Mühe gegeben, ne? Zumindest das Wichtigste haben wir Supernova, das ist das, was wir nur einmalig im Spiel lernen können und das haben wir auch schon gemacht, oder stimmt das überhaupt? Supernova konnte man, glaube ich, auch von Dings lernen, oder? Deus, äh, naja, keine Ahnung, wie auch immer, so, ähm, ist ja witzig, das, ja, ist ja wirklich witzig, dass hier im Prinzip in diesem Ort jetzt ja eigentlich gar keine, ähm, Musik läuft, das heißt, ihr hört jetzt nur meine Stimme, das ist ein bisschen komisch, strange wahrscheinlich, so ein bisschen, ne? Diese supertollen Stille. So, wie auch immer, hier oben gibt es einen Jax-Pheroid, so, deswegen sind wir auch hier, so, und den sind wir da oben beim Speicherpunkt, ich hab mir, ich hab eigentlich schon vorhin beim Encounter überlegt, ob ich mir, ob ich mir den jetzt einfach hole, oder erst die, äh, schwarzen Bestias da besiege, und dann hab ich mir gedacht, so, okay, äh, scheiß drauf, wir besiegen erst die schwarzen Bestias, bevor wir uns hier ransetzen und den Orans-Pheroiden anschauen. Ich weiß, dass ich das nicht erzähle, aber Guardlord Brasca will. Das, ich will. Und du bist auch unterwegs. Ich hörte, dass sie dich zweiten in command gemacht haben haben. Du weißt, dass diese Prüfung war für dich. Du war immer der bessere, selbst bis zum Ende. Du weißt, dass ich nicht mehr, wenn ich nicht mehr will, oder so. Ich werde dich wiedersehen, oder so. Ja. Gut, dann. Du weißt, dass du schon wieder? Du sagst mir über Zanaken, wenn du zurückkommst, nicht? Du weißt, dass du nicht mehr, wenn du zurückkommst? und das war bevor Kinok noch scheiße war das, ich glaub schon so, dann unser scheiße wurde so, dann wollen wir mal einen hätten wir schon mal wieder eingesammelt so, was bleibt denn noch übrig so, der Richter können wir auch jetzt anwählen ah, machen wir noch nicht, wäre jetzt ein bisschen deadly so, wobei wir könnten es jetzt schon theoretisch schon machen, aber nein, wir machen es im nächsten Part so, ähm, dann äh, komm ich denn da am besten hin auf die CS Leaky, auf die CS Leaky da könnte zumindest noch ein Spheroid sein, so, deswegen geh ich da hin, so, ein Moment ja, klar will ich mitkommen nach Kilika so, here we go, hier sind wir dann wieder mal unterwegs, genau, und hey, guck mal da, wir haben da Clasco, Clasco ja, Clasco, so, mit dem sprechen wir aber auch kurz, gleich, eventuell so nice to see you again you 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 really quit the nights yeah, I did Elma was upset with me but Captain Lucille understood now I'm working as a Chocobo breeder on this ship I really, really love taking care of Chocobos being with Chocobos all the time I think I found my calling and it's all thanks to you thank you well, I'm happy for you oh yeah I found this in one of the Chocobo nests the other day it's no use to me so I want you to have it freuen, Spheroid alrighty so, das hätten wir so, jetzt nur noch überlegen wo haben wir hier ein Spheroid gehabt jochi, ein fliegendes Schiff oh ja da freuen sich die Kinder so, und zwar hier haben wir noch ein Spheroid Jax Spheroid anschauen bitte, danke after you get that Aeon from Bethsaid where are we going? back the way we came then we go north from Bevel and climb Mount Gagazet beyond it lies Sanerkind Sanerkind, huh? it's been in ruins for a thousand years, right? so the legends say no one knows for sure it still could be your Zanarkind thanks for trying, Oren I thought if I went with you guys I might find a way to go back but it's not that easy I'm sorry like her mother was okay, so das hätten wir auch schon mal jetzt angeschaut so, jetzt wäre das doch einfach richtig geil dann zu sagen yo, wenn du runter willst warte mal geh runter, wenn du dich auf wenn du auf hast, sind wir bestimmt da ach, ja, nee beziehungsweise ach, ja, eigentlich gerne jaja, machen wir mal da wollen wir mal hier runter gehen so, und schon sind wir auch hier in Kilika ganz idyllisch hier so so, hier hinten haben wir unser Flugschiff rein theoretisch kommen wir eigentlich am Deck raus wenn wir da reingehen? ne, wir kommen nirgends voraus wir können da gar nicht hin ja gut zum Flugschiff so, die warten hier schön auf uns so, viel Glück Kleiner dankeschön so, jetzt muss ich anfangen zu überlegen wo wir rein theoretisch noch noch was, äh, einsammeln könnten hm gehen wir mal zur Mierenstraße es könnte sein, dass wir da auf jeden Fall noch was einsammeln können so und zwar müsste ich dann einfach mal kurz einmal hier rumgehen so also, es kann schon sein dass ich das schon mal eingesammelt habe es kann auch wiederum sein dass es nicht so ist weil ich kann mich nicht daran erinnern dass wir hierher zurückgekehrt sind nachdem wir das Flugschiff erhalten haben ja doch, rein trete schon ich zum, äh Monster einfangen aber ich denke mal nicht dass ich hier währenddessen noch den, äh Spheroiden eingesammelt habe, oder? der hier ganz hinten beim Speicherpunkt ist ich wollte gerade sagen der Spheroid, der beim Spheroiden ist aber das ist ja auch richtig sogar zu sagen ein Jack Spheroid, der beim äh Speicher Spheroiden ist so und hier haben wir einen Spheroid, der im Spheroid schockabooks schockabooks was ist wartet für hey komm raus und fight Ich habe dir gesagt, das war ein Verbrauch von Zeit. Hey, come on! Das ist die richtige Sache zu tun. Jeder ist auf uns. Außerdem ist es eine gute Praxis. Hehehehe, ich glaube, du bist richtig. Well, dann... Ha! Da ist es! All right, los geht's! Right. So, und dann wurden die wahrscheinlich auch hier einfach runtergeschubst und das war's dann. Warum? Tja, weil wir mussten ihn ja auch noch besiegen. Zehn Jahre später, deshalb... Naja, Gott, Quatsch schon, wa? So, gut. Also, den hätten wir auch schon eingesammelt. Dann machen wir mal, ähm... Hm, 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 hm. Da... Wo gibt's denn noch einen Donnerstepper irgendwo? Irgendwo... Bei der Donnerstepper. Aber in welchem Bereich? Nördlich, südlich? Süd. Ich glaube, hier schon, ja. Irgendwo hinten an der Ecke. Ops. Ja, gut. Darauf achte ich jetzt nicht, ob da jetzt irgendwelche Blitze kommen und auf mich draufhauen. So. Kann ich bei diesem erhöhten Speed auch gar nicht machen. Ähm... Hier, wenn, dann beim Speicher... Speicher... Speicherin? Kann doch sein, dass wir es eingesammelt haben. Hm. Ähm... Ähm... Ja, gut. Das Ding, das kickt mich jetzt hier gleich bis in Dings rein. Guado Salami. So. Aber ich sehe hier nichts. Kann schon sein, dass ich das eingesammelt habe. Stimmt auch. Ich glaube, wir haben das schon eingesammelt. Hm. Das kann schon gut sein. So. Ich kann auch mal gerne den anderen Weg da entlang gehen. Aber ich bin mir dann doch schon relativ sicher, dass wir das getan haben. So. Hier haben wir einen Speicherpunkt. So. Und so auf die Schnelle sehe ich jetzt hier auch nichts. Und ich habe gerade einen Blitz ausweichen können. Das ist ja mal witzig. Ja, gut. Dann hätte ich noch eine Idee. So. Hier bei dem nochmal. Wer das unbedingt braucht. Rüstungen. Nehere Rüstungen. Ne. Vier Slot Sachen. Könnt ihr easy peasy bei dem einfach kriegen. So. Brauchen wir nicht. So. Jetzt schauen wir hier nochmal. Könnte sein, dass hier auch noch was ist. So. Ah. Ja. Interessant. Wen haben wir denn da? Ja. Das Brich ist geschlossen. Bevel ist auf die Grenze von dem Tempel. Keiner kann es in. Huh? Alle sind in der Angst vor dem Maester Maika. Und es ist in der Angst vor dem Maester Maika. Pass. Was ist das? Das Tempel ist weg. Mit allen vier Maester Maika. Sie sind Angst vor dem Rauchen. Sie sind Angst vor dem Rauchen. Sie sind also alle weg. Mit unserem Bruder in der Mitte. Was ist mit Isaru? Sie kamen mit ihm zu bleiben in Bevel. Um das Tempel zu schützen. Und du weißt unseren Bruder. Es ist nicht in ihm zu retten. Oh. Ich glaube, unser Pilgrimum ist dann fertig. Dann, huh? Natürlich nicht. Geh. Long story short. You'll only find trouble in Bevel. I'd stay out for your own safety. Okay. Alles klar. Ja. Dat wollte ich nur hören hier. So. Äh. Ja gut, ne? Also irgendwo müsste aber hier glaube ich noch was sein. Eigentlich... Sogar hier eventuell. Oder noch nicht. Hm? Vielleicht doch nochmal hier. Bei dieser wunderschönen Szene hier. Irgendwann mal. Nein. Nein. Okay. Also eigentlich haben wir das glaube ich schon eingesammelt. Oder? Ja. Hier ist die stille Ebene. Ansonsten sehe ich hier nirgendwo noch irgendein Sphäroiden rumgammeln. Ansonsten hätte ich jetzt eigentlich gedacht, hier müsste der sein. Und da wäre er wahrscheinlich auch gewesen. Okay. Ich muss jetzt hier selber echt ein bisschen gucken. Sieht man ja auch schon. So. Wo könnte jetzt noch was sein? Ah. Ach. Da fällt mir noch was ein. Hier. Da könnte es eventuell auch noch sein. So. Oh. Und da ist es auch glaube ich schon. Oh. Oh. Tagunden. Ja. Och. Ah. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Wir können uns das gleich aber auch mal kurz angucken. So, wir packen einfach mal Auron in die Gruppe. Wir haben jetzt sogar das gemeistert. Also wir haben jetzt auch alle Jacks Pheroiden, die übrig geblieben sind, haben wir uns jetzt auch angeguckt. So, Aurons letzte Attacke bekommen. So, dann bleibt mir nur noch zwei Sachen und zwar der Richter und Ende des Spiels. So fast, zumindest fast. Genau. Wir machen aber noch etwas. Wir gehen eben ganz kurz mal rein in Zinn. Und da wollte ich euch ja noch was zeigen. Oder beziehungsweise, ich wollte es mir auch noch mal selber zeigen, was eigentlich hinter dieser Tür ist. Ja, wenn man halt überall zehn Gegner halt eben besiegt hat. So, und das machen wir jetzt auch eben mal ganz schnell. So, wir gehen da jetzt einfach mal ganz kurz hin und schauen einfach mal. Da war doch hier dieses eine Tor so, ne? Die erste Luke hat sich geöffnet im Prinzip. Oder das erste Tor, wenn man halt zehn Gegner besiegt hat, dann nochmal zehn Gegner, damit sich das zweite Tor öffnet. Und jetzt gehe ich halt nochmal hin und gucke eben mal, ob das andere jetzt mittlerweile auch auf ist. Sollte zumindest ja so sein. So, und hier sind wir jetzt auch. So, ich wollte es mir einfach nur einmal angeguckt haben. So, zack, zack. Monster, die befreit wurden, lösen das Siegel Jebbins. So, schauen wir mal. Also einfach nur Gegner hier klatschen und dann kriegt man die Sachen hier auf. So, und hier befindet sich dann eine Truhe drin mit Level 4 Sphäropass. So. Ja, sehr geil. Okay. Das befindet sich also da drin. Ja, cool. Hätte man sich ja wirklich sparen können. So. Allerdings ist mir gerade noch eine Sache aufgefallen, die ich ja unbedingt vorher machen wollte. So. Und zwar müssen wir ja zum, nach Makalania nochmal zurück. Und die ganzen restlichen Waffen mal eben ganz kurz upgraden. Wir haben ja eigentlich alle Sachen schon zusammen. Die wir theoretisch bräuchten. Alle Marken, alle Siegel. So. Turbo mal 4 Bonus. Dankeschön. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. So. So. Lege die Waffe in den Solaris vor. So. Und jetzt legen wir einfach alles vor, was geht. Lunar Marke. Und zack. Wir haben die Power erhalten. Die Waffe ist nun stärker. So. Eigentlich schade, dass sie das nicht so gemacht haben, dass wenn man halt Marke und Siegel schon hat im Prinzip, dass man, ja, dass sich das komplett halt eben upgradet. Also nicht nur die Marke verwendet wird, sondern auch direkt das Siegel. Das würde, ja, hier zumindest ein bisschen Zeit sparen. Aber naja, man kann ja wohl nichts alles haben. Äh, nichts alles haben. Genau. Äh, die Waffe hat die maximale Stärke erreicht. So, dann fahren wir mal fort. Orin müsste auch mal drankommen. So, ich finde die, äh, Waffe vom Style her von Orin eigentlich relativ geil, wenn man sich das so anschaut. Also geht schon gut ab. Muss man schon sagen. So. Ich wollte das jetzt Player eigentlich wirklich auch so beenden im Prinzip, dass, äh, jeder Charakter halt eben fähig wäre, zum Beispiel gegen den Richter oder so zu kämpfen. Also alle Werte auf 255 zu packen, dementsprechend für jeden eine Rüstung und dies und das. Dann habe ich mir aber gedacht, so jetzt im Nachhinein ist so, boah, ich habe da aber absolut wirklich, ja, kein Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt bei allen Charakteren das jetzt nochmal zu machen. Äh, war ja schon für drei Charaktere schlimm genug. Also ich meine, das Schlimmste habe ich theoretisch ja überstanden. Das, was ich jetzt eigentlich halt eher, das, was jetzt eigentlich nur am nervigsten wäre, äh, wäre jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viele Glückspherroiden wieder vom Erdverspeise zu sammeln. Denn, denn ich meine, ja, die Grundvoraussetzungen haben wir ja im Prinzip dafür geschaffen. Wir haben schon alle Sphéroiden passend, äh, eingesetzt auf ein Sphérobrett. Ne, also wir müssten die theoretisch nur noch ausfüllen. Und das wäre ja rein theoretisch aber auch gar kein Problem mehr. Das Einzige, was es wäre, wäre halt, ja, ein bisschen Zeitaufwand. Und diesen Zeitaufwand, den will ich hier leider nicht, äh, weiter so fabrizieren. Deswegen hat, passt das für mich wieder mal, einfach nur zu sagen, okay, ich mache nur Tidus, Walker und, äh, Rico auf vollste Stärke im Prinzip. So, also das, was ich dann vorher mal mit dem Let's Play irgendwann mal gesagt habe, dass ich das bei allen machen werde, ja, ist leider jetzt im Prinzip ein leeres Versprechen auf einmal. Das tut mir ein bisschen leid, aber, gut, ich meine, das ist jetzt so, ist jetzt auch nicht so tragisch. Die Waffe ist nun stärker. So, noch ein einziges Mal und dann haben wir es, oder? Falls ich mich jetzt hier beim Quasseln nicht irgendwie total vertan habe, dann, ja, müsste das so weit gehen. So, die Waffe hat nun maximale Stärke erreicht. So, da gibt es jetzt nur noch eine Sache zu tun. Nochmal kurz eben checken, hat jeder wirklich das, was er braucht? Masamune, Gotteshand, Lord Zwiebel, Weltmeister, Longinus. Sehr gut, alle haben so ihre Waffe, Hit-Expander, finde ich schon sehr geil. So, und ein, und ein Probe-Battle möchte ich dann nochmal mit Dings haben. Ähm, wie heißt es? Äh, hier, Medi-Arm können wir eigentlich theoretisch schon equipen. So, das ist jetzt im Prinzip schon, wenn ich jetzt das mal eben kurz zeigen kann, ähm, hier, die Sachen, Auto-Portion, Auto-Hasse, Auto-Protest und Abwehr plus 30%, das sind eigentlich schon Rüstungen, die ich für Dings bereitgelegt habe, für den Richter, den wir jetzt im nächsten Part bekämpfen werden. So, und ja, wir wollen mal eben ganz kurz die Ekstase mal eben ausprobieren, würde ich sagen, von Orin. Ähm, allerdings müsste ich, ja, seine Leiste dafür füllen, wobei muss ich nicht, wenn ich mir das jetzt gerade so mal angucke, theoretisch. Muss ich das nicht tun. So, dann wollen wir mal abgeben, einmal auf Orin. So, und dann gucken wir mal, ob wir überhaupt die Ekstase von Orin nicht zufällig sogar verkacken, weil die Buttons sind ja schon anders als auf der Playstation 2. Dann muss ich jetzt mal eben ganz kurz gucken, ob ich das geschissen kriege. So, Tradition, sehr viel. So, A rechts, äh, nein, A rechts, äh, nein, RB ist ja der Button da oben, nicht der Trigger. Ja, wieso drücke ich denn RT, right? Ach, egal, drauf geschissen. Aber hat 11.000 Schaden gemacht. Ich habe es total verkackt, aber 11.000 Schaden, na, hat man schon gesehen hier. Das macht ordentlich Schaden, die Kacke. Obwohl bei mir Orin eigentlich ziemlich weak ist, oder weak sein müsste. Ja, 74 Stärke ist jetzt nicht so ganz so viel. Auf jeden Fall, nur um das einmal gezeigt zu haben. So, Kimari hat auch nochmal vor der Links. Ich könnte bei Kimari auch nochmal kurz zeigen, wie seine Supernova wohl aussieht. Ihr wisst, wie das aussieht, wahrscheinlich vom Dings her noch. Äh, von, ähm, äh, Omega Weapon. Aber, ich zeige es dann einfach doch nochmal hier selbst. So, und dann können wir eigentlich auch erstmal wieder ein kleines Boyskin anlegen. Um dann im nächsten Part einmal den Richter zu klatschen. Ich werde aber im nächsten Part am Anfang auch nochmal kurz, äh, auf meine Rüstung nochmal eingehen. Und eben sagen, was ich, was man dafür nochmal braucht, um die zusammenzuschmieden. So. Supernova. Da wir Kimari ja sowieso nicht gelevelt haben oder trainiert haben, frage ich mich wirklich, wie viel Schaden das anrichtet. Boah, echt verdammt wenig, 1800 Schaden. Das ist ja mal mega lasch. Also, ich hab mal, ich hab wirklich gedacht so, weil das schon echt ein krasser, krasser, krasser Spell ist. Müsste das übelst reinhauen, aber. Dann habe ich mich wohl getäuscht. Genau. Gut, meine lieben Freunde. Ich würde mal sagen, wir machen dann mal ein ganz kleines Boyskin. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, wo wir dann den Richterblatt machen werden.